Musik Grüß euch, ich darf euch recht herzlich begrüßen. Ich bin der Royer Franz von der Fahrschule Easy Trivers Enstahl. Und ich möchte euch heute ein paar wertvolle Tipps geben zum Thema Reisen mit dem Motorrad. Die Ferien stehen kurz vor der Tür, das Wetter passt auch, die Urlaubszeit beginnt. Zum Teil auch mit dem Motorrad. Wenn man mit dem Motorrad Urlaub fährt, gibt es ein paar Dinge, die man beachten sollte. Zum Beispiel das Thema Beladung, Beladung des Motorrades. Man soll schauen, dass man die höchsten zulässigen Gewichtsgrenzen nicht überschreitet. Dass man eventuelle Seitenkoffer oder Backtaschen links und rechts das Gewicht gleichmäßig wie möglich verteilt. Den Heckbereich dabei aber nicht überladen. Überladen vom Heckbereich führt zum Pendeln, das noch ganz, ganz schwierig wieder im Griff zu kriegen ist. Schwere Gegenstände eher im Tankrucksack verstauen und beim Motorrad nicht vergessen Reifendruck erhöhen und die Stoßdämpferhärte erhöhen. Ist man länger nicht mit dem Motorrad unterwegs gewesen, ist es natürlich auch immer empfehlenswert, wenn man vorher noch ein bisschen Fahrsicherheitstraining, Kurventechnik, Bremstechnik, wenn man das noch ein bisschen trainiert im Vorfeld. Easy-Treiber Instal bietet auch Perfektionsstunden in diese Richtung an. Das Team von Easy-Treiber Instal wünscht euch einen schönen Sommer mit Motorrad und eine unfallfreie Saison. Das Team von Easy-Treiber Instal bietet auch Perfektionsstunden in diese Richtung an.